Rote-Rosen-Vorschau Folge 3866 Ralf ist wütend, dass Marte weg ist. Doch Annette überzeugt ihn davon, dass er akzeptieren muss, dass er nie erfahren wird, ob Marte die gestohlenen Diamanten geschmuggelt hat. Doch zufällig sehen die beiden, wie Marte mit einem kleinen Koffer aus einem Privatflugzeug steigt. Merle ist zurück. Gunde hat jedoch jeglichen Kontakt zu ihr blockiert und sie fragt sich, warum? Merle will nicht glauben, dass sein neuer Freund Silvio die Ursache sein könnte. Als sie Gunther zur Rede stellt, fällt es ihm schwer, es zu erklären. Tina ist überwältigt, als Merle plötzlich im Kinderzimmer auftaucht. Und Merle ist förmlich geschockt, als er sieht, was im Kinderzimmer vor sich geht. Silvio versucht sie zu beruhigen, doch die beiden Freunde geraten heftig aneinander. Henriette übernachtet zum ersten Mal bei Amelie, landet jedoch mit einer Blinddarmentzündung im Krankenhaus. Silke spricht Amelie jegliche Fähigkeiten als Mutter ab. Doch dann schafft Amelie, wozu Silke nicht in der Lage war. Sie fungiert als Krankenhaus-Clown und nimmt Heni die Angst vor einer Operation. Subtitelung im Auftrag von Funk